Wir haben uns zuletzt oft mit Fehlern von Führungskräften befasst und es haben mich jetzt immer mehr E-Mails erreicht von Führungskräften, die gesagt haben, dass sie das hilfreich fanden, aber dass sie eben auch ein paar Handwerkzeuge brauchen, was ist, wenn Mitarbeitende Fehler machen und natürlich müssen wir uns auch über Fehler von Mitarbeitenden unterhalten. Und deswegen ist das Thema heute, wie können wir das handhaben, sodass ein echter Lerneffekt auch eintritt. Denn klar ist, Mitarbeitende machen Fehler. Das Thema kam vor allen Dingen jetzt gerade wieder prominent auf, mal wieder war es der Sport, der hier in Erscheinung trat, beim VfL Wolfsburg war es Kevin Behrens, der bei einer Trikotunterzeichnung einen Satz sagte, Achtung, Trigger Warning, es kommt eine homophobe Äußerung, der hat bei einer Trikotunterzeichnung von einem Regenbogentrikot gesagt, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Das Ganze hat natürlich massiv Wellen geschlagen, völlig zu Recht. Die Frage ist, wie geht man mit solchen Dingen um? Wenn wir Fehlverhalten haben, dann müssen wir natürlich erstmal das Ganze einordnen. Wir unterscheiden hier Fehlleistung, Mangelleistung und Schlechtleistung. Und diese Unterscheidung ist von erheblicher Wichtigkeit, wenn man ernst genommen werden möchte als Führungskraft. Was leider oftmals passiert ist, eine Fehlleistung oder irgendeine Art von nicht akzeptiertem oder nicht gewünschtem Verhalten wird einseitig berichtet und die Führungskraft keilt sofort los, ohne sich die andere Seite anzuhören. Das ist logischerweise nicht akzeptabel. Beide Seiten haben das Recht, gehört zu werden. Eine Fehlleistung ist eine einzelne, oft zufällig auftretende Fehlverhaltenssache. Das heißt, wenn zum Beispiel Sie eine Person haben, die lange Zeit sehr, sehr gut arbeitet, plötzlich passiert an der Maschine ein Fehler bei der Arbeitsausführung. Dadurch kommt es dazu, dass zum Beispiel ein Blech verbogen wird. Das ist ein klassischer Fall einer Fehlleistung. Oder Sie haben in der IT jemanden, der muss gewisse Sicherheitsprozeduren durchführen. Plötzlich wird eine Sicherung nicht gemacht. Sie merken das Ganze dann, da fehlt eine Sicherung. Das ist eine Fehlleistung, eine einzelne, oft zufällig auftretende Sache in der Arbeitsausführung. Wenn man jetzt weitergeht in Sachen Mangelleistung, dann haben wir eine konkrete, objektiv messbare Geschichte. Das heißt also konkret, objektiv messbar, ein Mangel in der Leistung. Ich gebe Ihnen hierzu mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Leuten sagen, Sie sollen 500 Stück produzieren und es kommen halt 497 raus. Das ist konkret, das ist vor allen Dingen auch objektiv messbar. Und dann sehen Sie vor allen Dingen eventuell, wenn Sie jetzt auf die Paletten schauen, da fehlen immer 1, 2, 3 Stück. Also bei der Mangelleistung muss es immer konkret und objektiv messbar sein. Es geht hier nicht um, ich denke, ich fühle meiner Ansicht nach, ich habe gehört, ich habe den Eindruck, dass, sondern konkret und objektiv messbar. Wenn wir jetzt noch weiter gehen, geht es um die Schlechtleistung. Das ist eine generelle und kontinuierliche Minderleistung. Also das heißt, da haben wir etwas, was dauerhaft auftritt. Beispiel, Sie haben im Vertrieb eine Person, die soll ein gewisses Umsatz- oder Ertragsziel erreichen. Klassischerweise eine klassische Zielgröße ist der Nettoertrag oder der Rohertrag zum Beispiel. Auch je nachdem, wie Sie das Ganze dann entsprechend berechnen bei sich in der Organisation. Wenn eine Person immer und immer wieder diese Ziele verfehren, haben wir eine generelle und kontinuierliche Minderleistung. Stellen Sie am Anfang doch bitte einmal fest, haben wir eine Fehlleistung, eine Mangelleistung oder eine Schlechtleistung. Und wenn wir jetzt mal hier diesen Fall nehmen von Kevin Behrens, wenn man jetzt sagen würde, es ist eine Fehlleistung, zufällig auftreten, meiner Ansicht nach, und jetzt sprechen wir hier über meine Einschätzung, es ist nicht zufällig, wenn jemand sich homophob einlässt. Also wenn Sie sowas sagen, dann haben Sie diese Formulierung auch nicht zum ersten Mal verwendet. Und dann kann man zumindest nicht sagen, wir haben hier irgendwas, über das wir einfach so hinwegsehen können. Meiner Ansicht nach liegt hier, und das ist ganz konkret und objektiv messbar, es gibt nämlich, wenn Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben beim VfL Wolfsburg eben auch Paragrafen, wo drinsteht, wie man miteinander umgeht. Unter anderem eben auch der Hauptsponsor Volkswagen steht für Diversity. Damit ist diese Aussage vollkommen unvereinbar. Das heißt, wir haben hier eine konkrete und auch eine objektiv messbare Aussage, die ganz klar im Widerspruch steht zu der Beschäftigung oder zumindest zu den Werten der Organisation, wie sie sich aufstellt. Wenn wir jetzt sagen würden, es ist eine Schlechtleistung, dann müsste das ständig und immer wieder gesagt werden. Und das kann von daher schon nicht der Fall sein, weil der Spieler sich in der Folge entschuldigt hat. Und das relativ zeitnah auch danach. Wie ist jetzt der Umgang? Sie sehen eine Art von Fehlverhalten, und zwar völlig egal, welche Art von Fehlverhalten. Schritt 1 ist immer, Sie suchen das Gespräch. Und zur Info, da haben Leute auch, natürlich nicht jetzt formal juristischen Anricht drauf, aber zu sagen, wir haben ein Fehlverhalten und ich suche kein Gespräch, dann bitte hängen Sie sich nicht die Medaille um als tolle Führungskraft. Wenn irgendwas falsch läuft, darüber zu sprechen als erstes, ist doch zumindest normal. Das Gespräch muss ja auch nicht heißen, wir bauen hier eine Brücke zum nächsten Mal. Aber ein Gespräch zu suchen ist definitiv notwendig. Es reicht nicht, irgendwas schriftlich rauszufeuern und dann zu sagen, das war es dann. Formulieren Sie in diesem Gespräch ganz klar die Erwartungen oder wenn Sie eben nicht wollen, dass man das Ganze weiterführt als Beschäftigung, dann müssen Sie andere Maßnahmen ergreifen. Aber generell gilt beim Gespräch suchen erstmal die Erwartungen formulieren, sich austauschen, was sind die Sichtweisen auf die Sache und dann eben auch Unterstützung anbieten. Diese Unterstützung kann in verschiedenen Arten und Weisen erfolgen. Zum Beispiel kann es sein, dass manche Leute sagen, ich wusste gar nicht so genau, was jetzt tatsächlich hier das Ziel meiner Tätigkeit ist. Man sagte mir halt, erledige halt die Aufgaben, dass ich zu langsam arbeite. Ihrer Ansicht nach war mir gar nicht bewusst, da kann man Zielvereinbarungen nutzen. Sie können natürlich auch sagen, eventuell kennt die Person ja eine Stückzahl oder ein Ziel, aber schafft es einfach nicht aufgrund von Mangel an Wissen von gewissen Tools oder von gewissen Fähigkeiten. Deswegen Weiterbildung und Schulungen, das ist direkt der nächste Schritt, der dabei beschritten werden muss. Weiterbildung und Schulungen gehören ohnehin bei den meisten Organisationen heute schon zum Standardprogramm. Wenn Sie jetzt sagen, bei der Personalentwicklung, wir haben weder Weiterbildung noch Schulungen, dann wiederum, muss ich noch ganz klar sagen, dann haben Sie als Führungskraft keine gute Position. Also zu sagen, die Leute bei uns werden weder aus noch fort noch weiter gebildet, dann müssen Sie sich nicht wundern, dass irgendwas schief geht. Das haben Sie im Endeffekt sogar fast schon mit selbst zu verantworten. Und logischerweise Zielvereinbarung als ein Schritt, Weiterbildung, Schulung als ein anderes. Und Konsequenzen aufzeigen logischerweise ist auch wichtig, wenn Sie jetzt sagen, wir gehen hier in einen Bereich, der halt doch schon schwerwiegender ist, dann muss gesagt werden, was passiert, wenn sich das Ganze wiederholt oder so bleibt. Sie können natürlich auch im Umgang sagen, Sie arbeiten mit Abmahnungen oder mit Kündigungen. Wichtig hierbei ist, damit setzen Sie sehr finale Schritte. Und es kann ja sein, dass Sie jetzt sagen, Sie möchten eine Brücke bauen, Sie möchten weiter zusammenarbeiten. Bereits wenn Sie die erste Abmahnung setzen, haben Sie mal ein Problem. Wenn Sie als die erste Abmahnung gesetzt ist, dann sind Sie in einem sehr formalen Bereich. Und dieser sehr formale Bereich heißt halt auch, dass sehr schnell die andere Seite sehr formal werden kann. Meistens ist das zumindest nicht so, dass es danach ohne Probleme weitergeht. Und die Kündigung logischerweise ist ein finaler Schritt, nachdem es dann natürlich nicht weitergeht. Wie wird das Ganze jetzt umgesetzt? Und da ist eine Sache am Anfang schon mal wichtig. Schritt Nummer eins ist, die Führungskraft hat Vorbildfunktion. Ich gebe mal einen Klassiker. Wenn Sie Leuten sagen, Mensch, Sie müssen die und die und die Dinge machen, das ist ja nun Ihre Aufgabe. Und selber auf Ihrem Schreibtisch stapeln sich Aufgaben, die Sie nicht erledigt haben. Sie haben gesagt, Sie vertreten mal Dinge von Mitarbeitenden gegenüber der höchsten Ebene. Das haben Sie auch nicht gemacht. Also wenn Sie halt sagen, mach das, wofür du da bist, haben logischerweise auch andere zu sagen, dann mach du erstmal, wofür du da bist. Natürlich kann man in dem Gespräch dann sagen, es geht heute nicht um mich, wir sprechen um deine Arbeitsleistung. Aber sehr schnell wird Sie das einholen. Also als Führungskraft müssen Sie eine Vorbildfunktion haben. Wenn Sie Ihre eigene Vorbildfunktion nicht erfüllen, dann dürfen Sie nicht hohe Maßstäbe an andere setzen. Es ist so ein Klassiker, dass zum Beispiel gesagt wird, Ihr Zeitmanagement muss gut sein, Sie müssen Ihre Zeiten gut einteilen, Sie müssen wirklich fokussiert daran gehen. Und was passiert? Führungskräfte selber kommen zu Meetings zu spät, haben miserables Zeitmanagement und sagen halt, naja, ich bin Führungskraft, ich habe halt viel zu tun, ich werde oft von Leuten irgendwo hin zitiert. Es ist halt nicht glaubwürdig. Das heißt, wenn das so ist, wenn Sie sagen, hab ein gutes Zeitmanagement und Sie haben selber keins, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Leute sagen, was willst du mir eigentlich erzählen. Ein weiterer Punkt bei der Umsetzung ist, die Beweislast liegt bei der Führungskraft. Wenn Sie Hörensagen haben, wenn Sie keine Beweislage haben, wenn Sie nicht belegen können, worüber Sie sprechen in der Kritik mit der Person, dann hat die Person das Recht zu sagen, die Kritik ist für mich non-existent. Wenn Sie sagen, für mich ist der Eindruck das, ich denke, ich fühle, ich meine, Sie haben irgendwas, was Sie irgendwie Ihrer Ansicht nach als Gefühl übermitteln wollen und Sie haben keinerlei Belegpunkte, weil wenn Leute sagen, woran machst du das fest und es kommt sowas wie, ich hab den Eindruck das, dann ist es wirklich etwas, wo Sie auf ganz schwacher Position stehen. Die Beweislast liegt immer bei der Führungskraft. Und hier nochmal ganz wichtig, um einer Sache vorzubeugen. Es wird natürlich Leute geben und unter anderem hatten wir da auch Führungskräfte bei dem Fall, die sagen, wenn Kevin Behrens meint, sich homophob einlassen zu müssen, dann fällt das unter die Kategorie Meinungsfreiheit. Dieser Eskapismus, völliger Realitätsverlust der Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, natürlich hat Kevin Behrens das Recht, sich homophob einzulassen, wenn es gegen Gesetze verstößt, dann wird das nachher schon schwieriger, aber was er sagte, verstößt vermutlich nicht so ohne weiteres gegen ein Gesetz oder zumindest nur sehr marginal, ob man das gut findet, ist eine andere Sache. Ich bin selber Teil der LGBTQIA-Plus-Community und ich kann Ihnen halt sagen, wenn irgendjemand meint, sich homophob einzulassen, dann kann man natürlich sagen, das fällt unter Meinungsfreiheit. Und der Arbeitgeber der VfL Wolfsburg, der hat nämlich auch ein recht auf eine Meinung und diese Meinung kann sein, dass man die Meinung hat, sich nicht weiter miteinander auseinanderzusetzen, dass man die Meinung hat, dass man Kevin Behrens nicht weiter beschäftigen möchte. Und deswegen, Meinungsfreiheit heißt halt nicht, Freifahrtschein wild herumzupöbeln. Wenn Sie übrigens Leute haben, die das so auslegen, insbesondere in der Führungsebene, sind diese Menschen für Führungsarbeit ungeeignet. Wenn Sie glauben, Sie können jede verbale Entgleisung irgendwie in die Welt heraus rülpsen, so wie es zuletzt peinlicherweise Thomas Gottschalk getan hat, der meinte, er hätte ja Frauen nur dienstlich angefasst. Das kann man natürlich sagen. Kann man auch sagen, dass es seine Meinung dazu, nebenbei ist es eine Schuld eingestellt, dass ein Frauen Grabscher ist. Glückwunsch da zu Gottschalk. Manche Leute sollten einfach mal wissen, weil man sich ein bisschen der Zeit anpassen muss, weil man eben dann doch aufgrund seiner Geburtsprivilegien sich nicht mehr jede Grenzverletzung wie 20, 30 Jahre davor konsequenzfrei erlauben kann. Also wenn irgendjemand hier ankommt mit Meinungsfreiheit, entschuldigen Sie bitte, da disqualifizieren Sie sich sehr, sehr schnell und zwar weiträumig. So, wichtig ist, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten tatsächlich den Schritt gehen der Abmahnung oder der Kündigung, Kündigung letzte Option, gerade fristlose Kündigung extrem schwierig durchzufechten, hohe Hürden dafür, dass du das diskutieren, ist heute nicht das Thema. Bei Abmahnung kann ich Ihnen aus der Praxis halt sagen, bei vielen Abmahnungen ist das Tuch meistens dann zerschnitten. Es gibt wenige Abmahnungen, wo ich gesehen habe, dass tatsächlich danach eine Verhaltensänderung kam und danach eine Person lange dort gearbeitet hat und das wirklich gut wurde. Die allermeisten Leute haben gesagt, Abmahnung haben die bekommen und mehr oder weniger zeitnah haben sich die Wege getrennt und dann müssen Sie sich wirklich fragen, möchten Sie das? Kann ja sein, dass Sie das möchten, kann aber auch sein, dass Sie sagen, Sie möchten das nicht. Deswegen wichtig hierbei, Fazit. Wenn wir jetzt mal sagen, wie ist der Umgang mit Fehlern von Mitarbeitenden, gut und nachhaltig zu handhaben. Also als Fazit hier, wenn Sie richtig kommunizieren, vor allem wenn Sie nachhaltig kommunizieren, das heißt belegt kommunizieren, nicht nur auf Basis von Meinung und Eindrücken, dann haben Sie zwar immer noch keine Garantie, dass Fehler nie wieder passieren, denn Fehler passieren, bei uns übrigens genauso als Führungskräften, da müssen wir ja kein Blatt vor den Mund nehmen, aber wer richtig und nachhaltig kommuniziert hat, obgleich es keine Garantien gibt, zumindest eine deutliche Minderung der Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler sich erheblich wiederholen oder überhaupt wiederholen. Und das ist das Ziel, damit Sie dann mit dem richtigen Umgang bei Fehlern eine bessere Arbeitsumgebung für alle Beteiligten haben. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, das ist doch mehr Arbeit, als ich dachte, ja, das kann ich verstehen. Das ist tatsächlich, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten was diskutieren, denn auch diese Folge hier ist entstanden auf Basis von Inputs, die ich von Ihnen erhalten habe, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, nb-networks.com. Ich schreibe die E-Mail-Adresse aber nochmal in die Shownotes von diesem Podcast. Da finden Sie auch meinen LinkedIn, da können wir uns auch gerne vernetzen. Und da finden Sie auch meine Webseite, nb-networks.biz, also B-I-Z am Ende. Da übrigens haben wir seit letzter Woche auch auf Wunsch von Leuten, die hier zuhören, auch die Transkripte der Podcasts. Also wir haben neben Artikeln, wo das Ganze nochmal publiziert wird, die Transkripte der Podcasts, wo das Ganze wortwörtlich nochmal dann wirklich nachlesbar ist, komplett entsprechend auch online gestellt. Vielen Dank hier für Ihren Input. Den zweiten Punkt, den ich immer empfehle, ist, wir haben Live-Sessions und von daher bei diesen Live-Sessions können Sie gerne auch mit dabei sein. Wenn Sie einmal gehen auf expert.nb-networks.com, dann kommen Sie auf eine Seite, wo Sie einmal Ihre E-Mail-Adresse eintragen können. Es ist 100% Inhalt, garantiert werbefrei. Und da erhalten Sie nur eine einzige E-Mail jeden Mittwochmorgen, eine sehr kurze E-Mail mit berechnungsfreiem Zugang zu allem, was publiziert wurde. Wenn Sie Artikel jetzt gerne haben möchten, die Führungskräfte möchten eventuell keinen Podcast hören, sondern was lesen, dann können Sie das alles darüber entsprechend machen. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist eine Sache, wo ich aber gerne auch live dabei wäre, in diesen E-Mails, in dieser einen E-Mail, die Sie am Mittwoch erhalten, ist immer erwähnt, wann ist der nächste Live-Termin. Also von daher freue ich mich auch jederzeit, hier Sie entsprechend dann live begrüßen zu können. Auf Deutsch und Englisch verfügbar, also nehmen Sie auch gerne die internationale Kollegenschaft mit. In der E-Mail übrigens ist der Link zur Teilnahme direkt erwähnt. Da muss man nicht nochmal sich irgendwo eintragen oder irgendwas, da haben Sie den direkten Link und können dann entsprechend teilnehmen. Ich freue mich hier, wenn wir uns live sehen. Der letzte Punkt ist aber der wichtigste. Anwenden, anwenden, anwenden von dem, was Sie gehört haben. Denn nur wenn Sie anwenden, was Sie hören, dann werden Sie die positiven Veränderungen sehen, die Sie in Ihrer Organisation offensichtlich auch haben möchten. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute. Ich stehe für Hilfe jederzeit gerne zur Verfügung, von daher kontaktieren Sie mich jederzeit gerne. Und zum Schluss des Podcasts bleibt mir dann noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank. Für Ihre Zeit.